Ja, Seid, warte mal, du musst mal ein Item nehmen, sonst verreckst du dich ja gleich, das ist ja nicht so toll. Äh, du kannst jetzt mal in, kannst, kannst du ja mal einkreisen. So. So. Ja, jetzt werden wir komplett mal Kura 2 ansetzen. So. Irgendwer probiert davon schon. So. Da kommt Feuer dran, deswegen muss ich jetzt ihn, ihn eingekesselt lassen. So, aber. Ähm. Aber sollte trotzdem reichen, um, nein. Oh, das so zu machen, so. Okay, ähm. Ja gut. Wir könnten Alexia noch irgendwo hinstellen. Äh. Und dann die Waffen wechseln. Wurde auch funktionieren, natürlich. Da ist ja auch noch inaktiv. Gut. So. Hm. Kann ich nichts machen. Einer alleine. Gut, Alexia könnte es schaffen, aber muss ja nicht sein. Ähm. Ja, irgendwie warte ich ab. So. Komm, wieder, komm. Ja, er kann wieder nun frei, frei werden. Das ist das Problem. Ich muss halt irgendwie anders machen, immer mit, mit Sates, äh, Kommando, halt mit Sates, Kommando machen, dass ich, äh, ein Feuerhub bewege. Dann könnte ich nämlich die Reihenfolge ändern, und dann könnte ich entsprechend hier jemanden dazwischen stellen. Das ist so gut, irgendwie gerade. Ich kann nur eigentlich, ich kann nur eurer Da, ich kann nur eurer Da, ich kann nur eurer Da hinstellen. Oh. Oh. The element of destruction, you add to this world. It is admirable. I'll destroy the world, you try so hard to protect. Such aggressiveness, such wrath. So. Let's see, which of us is stronger. The path to the throne of God lies beyond him. I can feel it calling. Ah, ja. Ich kann's auch so machen. Also, sollte auch reichen, den Platz zu machen. Aua, der hat auch weg. Oh. Okay. Was soll denn so ein Theater von dem Rettikard? Pech gehabt. Das hat sich da niemand, die da, niemand dazwischen gestellt, stellen konnte. Alex, der wird noch stärker. Der hat echt ein Monster schon, ey. Alter, alter. So, jetzt können wir, da hochkommen, ne? Äh, ja. Müssen wir jetzt da hin. Um ihn abzufangen, bevor die Zeit ausläuft. Ja, wir haben jetzt halt so ein Zeitlimit, weil die halt irgendwann, ey, fangen ihn doch erst mal. Kann man gleich mal holen, bring gleich Erfahrungspunkte. Dann kriegst du ja ein bisschen mehr jetzt, wo alles tot ist. Ja. Ach, die sind doof gelaufen. Na ja, kann er nicht alles haben. Ja. Akka-Rot heißt, den Caption hat. Der immerhin, ne? So. So. Da muss er irgendwo die Jugend in die Position bringen. So. Ja, vor allem, Juri muss das machen. Guiding Sage. I admire your accomplishments. Let us carve our marks into this easel body. You take too much pleasure in destruction. Ja. Okay. Du bist ja auch aktiv, das ist schlecht. Dann greift er, ach, es hält sich an. Aber wir müssen uns immer mit Juri hier drauf kümmern, dass wir diesen Typen da stoppen, bevor er abhaut. So. Wir haben uns hier viel zu lange aufgehalten, hier. So, wir müssen uns noch was überlegen. Wie kann ich jetzt den angreifen? Womit wird Feuer, zum Beispiel. Hab' ich noch mit dem Feuer? Hab' ich, glaub' ich noch, ne? Ja. Kann man mit dem Feuer machen. Kleines Feuerchen machen. So. Ja. Das tut ihm nicht gut. So. So. Kura 2. Tut ja gar nichts. Nein. Kura kann vergessen. Bei ihr. Ähm. Gib ihr lieber was anderes. Wie sowas hier. Eine Potion. Da freut sie sich durch sie lieber. So. Bringt aber... Naja, keine Punkte. Ich weiß. Aber man kann eigentlich nicht alles haben. Hä? 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 Ja. Haha! Huuu! IEU! GIF' ME MORE STRENGTHS! ja so, drauf auf den ja, nimm das mal na ja, mal hin bis runter kriegen was? ach ich muss da hoch Ach Scheiße. Hab ich das gewusst. Hab ich das gewusst wäre ja auch schlauer gewesen. Ich weiß aber naja. So. Ähm. Immer bisschen Ero. Na. Na 109. 89. Inaktiv. Ja da bringt mir das Handy so viel mit ihm hier. Leider leider. Ja jetzt greift er ihn an. Wie fährt der? Blutattacke. Aua. Ach dann jetzt geht er direkt ins Feuer. Ins Kreuzfeuer. Ähm. Greifen wir mal an. Machen wir es mal. Na. Mal fünft sich. Sehr indirektiv. Aber naja. Egal. So wie sieht es damit aus. Ähm. Leider hab ich jetzt kein. Leider hab ich jetzt kein anderen der das machen könnte. Malus, da bringt mir Malus, Null, können wir es mal machen, Malus 3, ich glaube sie ist stärker, aber ich wäre ja noch nicht stark genug, naja, haben wir nichts mehr runtergebracht. So, ähm. So, komm mal her, nimm mal, äh, noch ne Posen, so, jetzt geb ich ein bisschen runter, ich weiß, es braucht sich nichts, so, ich freie natürlich komme ich hinten dran, mit der Sakras 4, ne, reicht noch nicht, reicht noch nicht, dann muss ich nur ein Schritt, eine Runde noch, in der Hoffnung, dass er dann nicht gleich aktiv wird, nein, ich hatte ihn doch fast eingekreist, er hat ihn fast angekreist, doch nur fast, komm doch weg, lösen ist viel. So, ähm, aber er kommt ja nicht mehr weg, doch könnte immer noch, ne. So, er könnte immer noch weg, ähm, so. So, das kann ich mit, da sind aber nicht so viel, das fürchte ich, das hat mich da jetzt gegeben, so, und mich jetzt nochmal heilen, wollte mir dann nicht mehr viel, nicht mehr viel gebringt, aber, ja, die Locker fütt sich runter. So, jetzt muss ich mal einen Schritt, glaub ich. Ja, es würde, könnte, so. Ah, da haben wir sie erwischt. Jetzt muss Juri ein bisschen ausharren hier. Ja, es ist leider so, dass er es macht. Hammer. So, wie kann man ihn denn am besten klein kriegen? Ja, am besten damit, ne. Ja. Ja, und man kann das nur auf diese Art normalerweise schaffen. Kombo. Wie kann ich jetzt, ach, kann er ja nicht machen. Eine Wunde zu weit oder so, wa? Ja. Gut, ähm. Warte mal, mach nochmal. Kura 2. Die haben wir ja noch was Heiler. So. Das ist nicht gut, da muss Juri dann nicht mehr wegkommen, ey. Das ist jetzt ziemlich hart, wenn wir den Ohr aktiviert haben. Müssen wir ja machen, ne. So. Aber wie überlebt das? Uh. Uh. Weg, ey. Immer weg. Irgendwie weg erstmal, komm, ey. Scheiße. Hab mir dabei gedacht, hä. Eieieieieieieieieiei. So. Das klappt ja wieder Ratican, aber kann ja mal machen, so, Aua, lass es, so, jetzt guck da jetzt gut auch in die Richtung, das heißt, wir können das machen, ähm, Kombo, ja, ich kann es ja nur auf diese Art und Weise schaffen, ne, ich weiß nicht, ob das reicht, ne, wenn das klappt, keine Ahnung, es reicht tatsächlich, es reicht tatsächlich, um den zu schnappen, gut, okay, so, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir jetzt, soll man den bekämpfen und versuchen, den irgendwie zu fangen, oder, damit alle anderen nicht schnappen können, weil das nämlich da vorbei wäre hier alles, oder, was wollen wir machen, können wir auch immer, wir können auch nicht weg von dem, ja, es gibt ja keine Möglichkeit hier irgendwie zu entkommen, weil, überall gibt es jetzt vier, zwei Durchgänge, mit zwei Feldern, also er kann überall dahin, wo wir sind, das heißt, wenn wir was machen wollen, die anderen anzugreifen, haben wir das Problem, dass wir unter Zeitdruck geraten, und zwar in dem anderer Zeitdruck wie vorher, weil er halt auf dem Weg ist, ähm, ja, das machen wir jetzt, irgendwie eine Idee, ja, wir greifen an, ne, ähm, ja, ja, naja, nochmal schnapp ich mir den, erfahrungspunkte, ja, ne, so, wir machen es nach, wenn wir uns sehen, nochmal einen weiteren von diesen, Serdas, hier kann man nicht so oft, warum man den voll gekriegt, sogar schon kann das auch sein, Serda hat den Caption, ja, schön, äh, so, ich bin ganz wieder gezogen worden, wie kann das denn sein, hä, so, okay, mai, jaja-ja, hmm, zauberty irgendwas... ...perra 3, uh what's that, das geht ja noch, war nicht so schlimm wie Erb bar befürchtet, aber er hat mal Nhungen die Knochen gebrochen, das ist, das ist hingegen nicht so toll, hatte was mit Knochen gebrochen werden, aber wir haben dann nur wieder, so, Ich verzieh' mich ärmer, ich geh' mal zurück, versuch' immer dieses Vieh jetzt hier zu snappen. Aber ja, Rupa gegen was? Den Feuer, ein bisschen. Haben wir was anderes? Der sieht mit dem Wind aus. Na, könnte ich aber was bringen. Aber bei Seltry bin ich nicht sicher, ob die das gut kann. Oder ich könnte noch einen Meter dreimal nehmen. Ne, noch mal Meter drei. Keine Ahnung, was das bringt. Oh, so geil war das schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht. So, ja, ich bin da nicht ganz schlecht in den Angriffsmodus gegangen. So. Okay. Der muss aber alle schnappen hier. So, gleich wieder heim. Mit Kuba 2. Ich will sich alle jetzt so schnappen, ein bisschen. Aber ob das klappt, keine Ahnung. Weiß' ich auch noch nicht. Das ist nicht so toll. Das gefällt mir wohl nicht. Aua, 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 aua. Das tut doch weh. Vor allem, der ist jetzt inaktiv einmal wieder geworden. Das ist gut. Das geil war so schlecht, wenn der wieder weg ist. So. Ähm. Okay. Äh. Ja, Mann, ne. Mit nem Biss. Mit nem Herzen Biss. Ah. Ah, ja. Das war auch nicht so toll. Das hat mir nicht gefallen. Muss ich mal so klar sagen. Ähm. Ja. 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 Und euer Formenpunkte. So. Kann ja wieder ein bisschen die Schlinge wieder zuziehen. Versuchen. Wir müssen ja versuchen, das zu schaffen. So. Aber leider befürchtet, dass wir trotzdem zur Seite ausweicht jetzt. Oh, er wegläuft. Aua. Nee, hat's aber nicht getan. Ja, kann ja. So. Kann man wieder Dinge teilen. Das freut sich natürlich auch. So. Können wir aber warten. So. Ja, probiert einfach mal. Hoffentlich klappt das. Wissen tue ich es nicht. So. Weil er bei Vertica von vorne geschießt. Aber auch keine andere Möglichkeit, ne. Also weil ich trotzdem. Ja. Gut. Okay. Erwischt. Sehr schön. Jetzt können wir nur ein Serdar hier rumlaufen. Oh, besser gesagt noch nicht rumlaufen. So. Ich kann es ja nochmal schnappen. Schnappst du dir alle. Ja. Aber wirklich alle finden wir hier nicht. Ja. Eigentlich bist du ja ganz lieb und vervollständigen. Aber es geht gar nicht in einem Rücklauf. Tatsächlich. Ja. Weil wir müssen wir eigentlich mehrmals durchlaufen. Ja. 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 Ist dann halt so, ne. Ähm. Wollen wir mal langsam zu dem da. Zu dem Serdar. Ja. Na dem geht es wieder gut. Weil der andere Effekt den anderen ausgelöst hat. Äh. Abgelöst hat. Er macht immer nichts mehr. So. Da ist noch einer. Guck mal an. Aber hier ist noch irgendwo noch eine Skalotie. Ach das. Da. Okay. Mal da hin. Der eine war ja getötet. Der eine war schon gefangen glaube ich. Ach. Patsch nun irgendwie. So. Okay. Bin mal lang. Bisschen nervig ich euch jetzt hier gerade nur wunden weit rumlaufen. Um den da zu erwischen. Aber. Ist das halt, ne. So. Wird irgendwann auch wieder vorbeigehen. Dieser. Widerbruch. Ja. Ein Brüche so schnell heilen würden wie hier im Spiel. Wär das. Toll. So. Äh. Komm her. Na mal nehmen. Wird mal den. Na. Wollen wir den von zwei Seiten angreifen. Ne. Ich probier das mal mit zwei. Von zwei Seiten. So. So. Komm her. Ja. Jetzt ist der Bruch verheilt. So ich kann es gegen ihn. Ha. So. 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 Dann holen wir mal den hier. Ich sag mal hervorragend punkte. Ja. Ehe bisschen nervig. Ein bisschen. Aber. Sind wir mal durch. So. So. Wenn wir den Kapitalien abgeschlossen haben. Können wir quasi auch alle verkaufen. Glaube ich. Ähm. Alle. Märchen. Oder. aus. oder auch aus dem Bufler streichen, wenn das überhaupt geht. Weiß ich gar nicht. Ähm, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Moment, der Herr kommt hier, als Alexei. Aber wenn er deutlich schneller geworden ist, wie ich zu Anfang, haben wir es auch verheilt. Wir werden mal gleich wieder angegriffen mit Blutattacke, wie immer. Man kennt das ja. Man kennt das ja, so. Okay. Ja, zwei Runden, na gut. Aber ist so, halt. Na, auch gleich oben. So. Ne, warte mal. Da komme ich noch nie dran, wie wir sehen. Ich verstehe. So. Wird da aktiv, ja. Ich dachte so, wieder, wieder gleich ihn an, Waki, mit Blutattacke. Was ist denn sonst? Das kennen wir, als würden wir es anders kennen, ey. War doch klar, ne? War doch klar. So, mach das mal. Ah, was war das denn? Er kommt noch nie hinterher, leider. Er muss dann entsprechend Wettica machen, wenn der dann kommt, vorausgesetzt. Äh, fangen wir den jetzt mal. Dann haben wir den auch. So. Okay. Okay. Ja. So. Jo, Tabber has been captured. Ja, sehr schön. So. Kann ich mit denen ja nichts machen. So, kann ich mir da irgendwie angreifen. Ich könnte hier Wind. Null? Naja, null ist besser als nix. Naja. Null ist ja nix. Sagen wir lieber so. Machen wir ein Emosphäre. Oh, bringt immer ein bisschen was. So. Okay, dann heil ich jetzt mal. Dann heil ich jetzt mal bitte. Der braucht das mit mal. So. Okay. Das war jetzt Licht. 193. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt umbringe damit. Ich glaube, nicht. Nein. Okay. Das war klar, dass du das jetzt macht. Das war jetzt klar. Musste jetzt passieren, leider. So. Naja, überlebt er aber noch. So. Okay, haben wir damit zugeschlagen. Wieder hinter ihm. Ja, kann ich nur damit. So. Okay. Ja. Okay. Ja.